Der Dezember Tanklust unterm Tannenbaum Der Dezember ist für mich wie eine angeschneite Mischung aus Mutter Teresa und Paris Hilton. Er ist Teresa Hilton, die monatgewordene Manifestation von schrillem Schein und wahrer Wohltat. Er ist ein einziges fest und eisiger Frost mehr noch. Der Dezember ist Zuckerwatte und Zahnarzt in einem. Draußen wird es kälter, was sich positiv auf meine Formulierlust auswirkt, da ich jetzt mehr Zeit habe, kunstvoll Prädikate an Nomen zu löten. Ich war nicht mehr draußen, seit der Pool im Garten meines Herrenhauses von einer puckdicken Eisschicht überzogen ist. Das sind 2,54 cm, wie ich soeben im Regelbuch des Deutschen Eishockeyverbandes nachgeschlagen habe. Ansonsten besitze ich keine Bücher, sondern nur Heftchen. In Heftchen stehen nämlich gloriosere Sachen. Nehmen wir zum Beispiel das Magazin der Deutschen Bahn, die Mobil. Da stand neulich, in einem Bericht über Uhrmacher, der folgende Satz. Die Dings und Dongs sind eine Freude für den Benutzer, aber eine Qual für jeden Uhrmacher. Die Repetition ist für ihn das, was der Mount Everest für einen Bergsteiger bedeutet, der schmerzhafte Gipfel der Gefühle. Ich bin mir sicher, wenn man einen solchen Satz in ein Romanmanuskript schreibt und das Ganze an einen Verlag schickt, erfüllt man damit den Tatbestand des versuchten Lektorenmordes. Ich höre schon die zynischen Dings und Dongs der Glocken in der Friedhofskapelle. Während sich draußen die Totengräber am hartgefrorenen Dezemberboden abbühen. Nach Feierabend würden sie nichts lieber tun, als zum Farbausgleich mal die Kirmes zu besuchen, aber dies witterungsbedingt natürlich geschlossen. Weil jedoch die Straßen so glatt sind, rutschen sie alternativ einfach auf dem Blitzeis mit ihrem Leichenwagen ganz langsam in ein Twingo. Es ist das witterungsbedingte Twingo-Rutschen der Leichenwagen, das dem Dezember seinen sprühen Reiz verleiht und ihn zum schmerzhaften Gipfel der Gefühle macht. Aua. Noch schöner ist die Vorstellung, dass man ein Feuerwehrauto auf Blitzeis ganz langsam in ein brennendes Streufahrzeug rutschen sieht. Die allerschönste Vorstellung von allen bleibt jedoch, dass man einen Pantomime sieht, der den Leuten auf der Straße alles nachmacht. Dann kommt ein zweiter Pantomime, der genau das gleiche macht und plötzlich bleiben sie voreinander stehen, sind dazu gezwungen in Ewigkeit ihre Bewegungen gegenseitig nachzumachen und nachzumachen und nachzumachen, wie sie sich nachmachen. Sie geraten dann in eine Art Loop, den sogenannten Panto-Loop. Vielleicht kann mir jemand mal einen Leserbrief schreiben und mir erklären, warum Pantomime immer schwarz-weiß gestreift sein müssen. Ich verstehe es nicht. Was ist der Plan jener teuflischen Recken, dass sie sich für die heimlichen Zebras der Kleinkünstler ausgeben müssen? Die folgende Überleitung ist schlecht, aber das ist künstlerische Freiheit. Schwarz auf Weiß fand ich auch die folgende Schlagzeile in der Marburger Neuen Zeitung. Spritpreis bremst Tanklust. Also erstmal klingt das ja ganz normal, aber was ist denn bitte Tanklust? Wie habe ich mir das vorzustellen? Ein Ehepaar ist mit dem Auto unterwegs und plötzlich sagt der Mann, du Monika, wir haben zwar noch einen ziemlich vollen Tank, aber ich glaube ich fahre jetzt mal an die Tankstelle. Aber warum denn, Eckart? Na, ich habe so Tanklust. Was kommt denn da als nächstes? Die Zahnarztlaune? Der Mordspaß? Die Bombenstimmung? Das ist doch alles Quatsch. Ich meine, ich will ja nicht bestreiten, dass mich am Wochenende auch manchmal die Tanklust packt. Aber das ist da nicht mein Auto, das da Durst hat und... Ich lasse mich auch nicht vom Spritpreis bremsen. Das Fatale an einem Kneipenbesuch ist ja, dass mit jedem Bier die Bedenken, ein weiteres zu trinken, in demselben Maß zunehmen wie die Betrunkenheit, die einen dazu bringt, diese Bedenken auszublenden. Das ist auch so eine Art Pantolub. Irgendwann ist man dann so voll, dass man auf den eisigen Straßen nach Hause torkelnd Bewegungen vollführt, die selbst den kühnsten Imitatoren in die schwarz-weißen Schranken weisen. Beschämt verstecken sich die Pantomimen auf den Zebrastreifen der Stadt und warten ab, bis im Frühling die ersten Dings und Dongs der Osterglocken zu hören sind und die ersten Twingos sprießen. Überhaupt, wenn wir das finstere Tal durchwandelt haben und uns an Plätzchen und Braten getröstet haben, Psalm 23, und im Frühling mal was ganz Exotisches erleben wollen, dann empfehle ich das Freilichtmuseum Bad Sobernheim. Dort wirbt man damit, dass man hautnah seltene Haustierrassen erleben kann. Wirklich entzückend ist die dann folgende Auflistung der dort vorhandenen seltenen Haustierrassen. Ziegen, Schafe, Rinder, Pferde, Hunde und Geflügel. Die Macher dieser Werbung leben bestimmt exotischerweise in Häusern und wenn sie mal ganz crazy drauf sind, dann fahren sie Fahrrad. Abends sitzen sie beim Abendessen oder schauen sogar fern, diese Verrückten. Über ihrem Bett hängt ein Poster von Teresa Hilton und im Dezember sagen sie so denkwürdige Sachen wie Ist kalt draußen oder Ich mag Plätzchen. Am Wochenende packt sie dann die Tanklust und sie überziehen ihr Fahrrad mit vorwurfsvollen Blicken. Man muss aufpassen, dass man nicht in einen solchen Alltagskreislauf gerät, sonst wundert man sich demnächst tatsächlich sogar über Hunde oder über Bäume. Oh Gott, da steht ein Baum. Ruf jemand den Förster. Also hier mein Tipp für euch. Nicht immer das Gleiche machen. Nicht immer alles wiederholen. Sonst wird die Repetition für euch noch das, was für den Bergsteiger der Mount Everest bedeutet. Der schmerzhafte Gipfel der Gefühle. Denkt immer an den Pantolub. Denkt immer an den Pantolub. Der schmerzhafte Gipfel der Gefühle.